Norddeutscher Rundfunk 2021 Deine blauen Augen geben wir noch Hoffnung. Geben wir ihnen noch Hoffnung? Allgemein Hoffnung. Du hast krasse Augen, da guckt man gerne rein und dann denkt man sich so, wow, okay. So, ist eine schöne Sache, ja. Du hast einen coolen Blick drauf auf jeden Fall. Ehrlich. Danke. Ich weiß nicht, was Salva vorhat. Ich weiß nicht, ob das Strategie ist. Wir haben ja echt öfters mal so Blicke, so längere Blicke gezogen. Ja, du und ich? Ja, voll oft, ne. Ich guck mir auch gerne schöne Augen an. Ich kann meine ja nicht sehen. Ich hab ihn gefragt, warum er mich jetzt erst nehmen will, obwohl ich ihn schon ein paar Mal angesprochen hab. Aber er halt immer wieder mit mir so wahrscheinlich unsicher war. Ich weiß hier gar nicht. Du bist K.O. Du bist K.O., ja. Du bist komplett K.O., Alter. Aber momentan sehe ich das so, dass die Jacqueline mich saft, weiterbringt. Ich hab auch keine andere Frau, weil die Steffi hab ich sowas von dem Wind geschossen. Die will ich nicht mehr sehen, nicht hören, nichts mehr. Ich werd dich niemals, werd ich dich rauskicken. Wenn ich in der Hand reiche, dann nimm sie. Weißt du, ich mein? Ich will dir damit beweisen, dass du mir vertrauen kannst und dass ich keine Schwärzer werde. Das liegt ganz an dir, ob du mir jetzt vertraust oder nicht. Ich mag dich, das würde ich dir das Angebot niemals machen, wenn ich jetzt nicht bereit wäre, mit dir mich zu öffnen auch, weißt du? Und nicht nur vorüber gehen oder so, ehrlich. Also ich würde das mit dir jetzt erst mal durchziehen.